Ja, grüß Gott, liebe Zuschauer. Ja, wo ist denn das Paulinchen? Hat denn schon jemand das Paulinchen gesehen? Sollen wir es mal zusammen rufen? Ein Paulinchen, wo bist du denn? Ein Paulinchen! Wo bist du denn? Ach, da ist es ja. Ja, grüß dich, Paulinchen. Ja, sag mal, wo bist du denn gewesen? Ach, im Schwimmbad bist du gewesen. Der Paulinchen, was hast du denn da gemacht? Ach, auf drei Meter Bräbisse gestanden. Und was hast du da oben gemacht, Paulinchen? Runnengeschifft. Das sagt man aber nicht. Also Paulinchen, das sagt man aber nicht, gell? Also, das schämt euch mal.